Was soll immer diese Äußerlichkeit? Das ist keine Kritik, das ist keine seriöse, erwachsene Kritik. Ich rede nicht über Claudia Roth, ich rede nicht über die Ricarda Lang und wie sie aussieht oder sonst irgendwas, mache ich nicht. Ja, ich finde diese ganzen Ricarda Lang bezogenen, körperbetonten Witze auch mehr über den, der da wirklich nichts anderes über sie zu sagen weiß als das. Das ist peinlich, das ist einfach peinlich. Es ist ja auch ähnlich mittlerweile, da ist es so ein bisschen, wenn man auf dem Sprachfehler von der Frau Baerbock rumreitet, dann, ja, man weiß mittlerweile, sie kann es nicht und das ist so wie Legasthenie oder so etwas. Wo ich da eine Grenze habe, ist einfach, manchmal weiß ich nicht, ob es sprachlich ist oder intellektuell. Da, wo sie mehrfach hintereinander von Präsidentsfall redet, ist es nicht nur sprachlich vermutlich, sondern sie denkt, das heißt so. Wenn sie von einer 360-Grad-Wende mehrfach spricht, dann weiß ich, dass sie keine mathematische Vorstellung von dem hat, was sie sagt. Ja. Und da gibt es dann schon Schwellen zum Inhalt letztlich, weil da jemand nicht nur einen Sprachfehler hat, aber eigentlich hochintelligent innerlich diese Sachen zusammenbringt, sondern weil dieser Sprachfehler letztlich auch Lücken in den Bewertungsmöglichkeiten offenbart. Und da, denke ich, kann man es dann schon auch thematisieren. Aber so wie es sehr häufig eben vorgebracht wird, ist es mir zu plump. Einfach, ha, 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 da hat sie wieder gestottert. Meine Güte. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Reis zum Wochenrückblick. Hallo Patrick. Hallo Martin. Hallo liebe Zuschauer. Ich habe gesehen, mittlerweile haben sich zu unserem lieben Zuschauer auch noch ein paar mehr dazu gesellt. Gutes Zeichen. Ja. Ich fange im Ausland an. Für den Gaza-Streifen wurde von 18 Staaten ein Plan zur Beruhigung der Situation vorgelegt. Also zumindest schon mal als erstes als Einstieg eine sechswöchige Feuerpause. Unter der Voraussetzung, dass alle Geiseln, die jetzt mehr als 200 Tage schon bei der Hamas in irgendwelchen Löchern sitzen, freigelassen werden. Ja. Die Hamas lehnt das ab. Hätte jemand was anderes erwartet? Ja, also wenn Ihnen was an der Bevölkerung, an der eigenen läge, hätten Sie das ja annehmen können. Aber Jahia Sinwar, der ja in Katar sitzt, wenn mich nicht alles täuscht, also im sicheren Luxushotel, der lehnt den Friedensplan ab. Ja, ich glaube auch, man hat es bei der Hamas letzten Endes einfach, das verstehen wir viel zu wenig, mit religiösen Ideen zu tun. Und die lässt du nicht einfach mal so aufgrund der Faktizität oder einer ethischen Betrachtungsweise fallen. Da geht es halt schon auch um existenzielle Fragen. Und das religiöse Gerüst, in dem man sich befindet, ob das eben richtig oder falsch ist, und natürlich hat das auch was Stalinistisches, so in der Art und Weise. Ich muss über der Menge stehen, um sie gleich zu halten, weil es irgendjemanden braucht, der das Ganze irgendwie führt und sich dann irgendwann mal im Laufe der Zeit obsolet macht. Deswegen verstehe ich, dass so ein Führer dann aus dem Land rausgeht, von außen steuert, weil er sagt, ich muss irgendwie die Fäden in der Hand halten. Und das Ganze hat überhaupt nichts damit zu tun, für die Bevölkerung zu sein, weil der Tod ist ja aus dieser religiösen Überzeugung letzten Endes dann ein verdienstvoller. Letztlich ist das für die gute Sache. Und während wir als Atheisten hier im Westen nach dem Leben gar nichts mehr haben und wir eine rein diesseits bezogene Politik und Ethik bevorzugen, ist das eben im islamischen Kontext anders. Da ist das Leben eine Vorbereitung und wenn ich ruhmreich zur Verteidigung irgendwelcher religiösen Geschichten eben dann mein Leben verliere, werde ich reich belohnt. Und wenn ich das wirklich glaube, stellen sich die ganzen Fragestellungen anders. Und das fehlt mir in der Diskussion. Wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, eine religiöse Denkweise ernst zu nehmen. Wir denken, alle sind so wie wir, alle sind weltlich, alle sind in dieser Art, aber es gibt nur ein paar, die das Volk irgendwo für missbrauchen. Ich glaube, das ist zu einfach. Also ich widerspreche dir jetzt mal fundamental. Mach das. Bei diesem Terroristenführer, da hat alles nichts mit Religion zu tun, sondern das ist reiner Judenhass. Und Menschenverachtung. Das ist ein durch und durch kaputter, boshafter Charakter. Es ist ein unmenschlicher Mensch. Was denkst du, woraus sich dieser Judenhass speist? Das kann ein Narzisst sein, der einfach Bock drauf hat, eine fiese Möp zu sein. Und das tobt er aus. Und dazu benutzt er all diejenigen, die sich mit den schönen Worten aus der Gründungskarta der Hamas noch immer darauf berufen, dass Allah das von ihnen verlangt habe. Ich glaube nicht, dass ein Einzelner sich halten kann, wenn die Leute um ihn herum nicht ähnlich denken und wenn er nicht Leute motivieren kann. Ob Hitler selber Nationalsozialist war, kann ich nicht sagen. Er hat es aber geschafft, unter diesem Label Leute um sich zu scharren, die für ihn sehr viel Drecksarbeit gemacht haben. Und die haben daran geglaubt. Und die haben es dann auch ermöglicht. Bis runter in die untersten Ebenen. Also ob jetzt der Führer einer solchen faschistischen, lästlich Organisation selber an die Idee glaubt, die er programmiert, ist relativ egal. Wenn er es schafft, schafft er es nur, weil er anderen das vermittelt. Ja, also es ist, weil du gerade den Führer erwähnt hast, da bin ich der Überzeugung gewesen, dass der kleine Gefreiter aus dem Ersten Weltkrieg einen unglaublichen Geltungstrang hatte und den hat er über Führung und Macht ausgetobt. Du musst näher ans Mikro. Den hat er über Führung und Macht ausgetobt. Nein, irgendwas stimmt beim Mikro gerade nicht. Stimmt was mit dem Mikrofon nicht? Jetzt kommt es, ja. Jetzt kommt es wieder. Ja, oh, dann ist das aber ganz schlecht. Okay, ist es jetzt besser? Ja, es war an der Schwelle. Ah, an der Schwelle. Okay. War bisher, okay, ist jetzt auf einmal abgeflacht. Ja, komisch. Okay. Das ist wieder gut. Dann spreche ich einfach lauter und vielleicht wird es dann ja was. Okay. Ja, dann kommen wir ins Inland. Und unser famoser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der hat ja jetzt die Hosen runtergezogen bekommen, indem er ein paar Protokolle zum Atomausstieg offenlegen musste. Und im Moment spielt man so vom Wirtschaftsministerium her ein ganz gefährliches Spiel. Denn die Papiere könnten durchaus belegt dafür sein, dass Habeck so richtig gar nicht Bescheid wusste über das, was da im Hintergrund in seinem Ministerium von der gleichen Clique getrieben wurde. Und das Problem ist aber, dass Habeck und seine Entourage von Leuten aus dem Wirtschaftsministerium ausdrücklich davor gewarnt wurden, den Atomausstieg durchzuziehen. Und jetzt machen sie auf der einen Seite so, ja, er hat gar nichts gewusst, wird berichtet. Und auf der anderen Seite kommt aber, nein, der Herr Bundesminister fühlt sich voll und ganz und gut immer informiert. Was ist jetzt wahr? Was ist Wahrheit? Naja, das ist eine große philosophische Frage. Also die erste Frage in Bezug auf Wahrheit ist ja schon mal die Frage, wir haben Tagesschau und heute darüber berichtet. Nämlich erst mal gar nicht. So viel schon mal zur Wahrheit. Dann, wenn ich mir so etwas freiklagen muss und dann, wie die Kläger zumindest sagen, Zug um Zug, E-Mail um E-Mail über Geheimgeschichten feilschen muss, dann weiß ich, dass man etwas zu verheimlichen hat. Und das ist ja auch offen zugegeben worden, dass man gesagt hat, wenn man das so veröffentlicht, dann könnte das für zukünftige Hinterzimmergespräche schwierig werden. Dass man auch, ja, also dass man gesagt hat, wenn man zukünftig... Nein, 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 stopp, stopp. Ja? Es geht hier nicht um Hinterzimmergespräche. Ja, ja, okay. Es geht hier um... Terminus, den ich extra ein bisschen ausgeweitet habe. Es geht aber, aber das muss man den Leuten ausfragen. Es geht es hier, die eben im Rahmen von solchen Sachen im Hintergrund stattfinden. Das auf jeden Fall. In internem Ministerium. Ja, richtig. Genau, also nicht... Aber diese Hintergrundgespräche kann man auch mal was dazu sagen. Die habe ich so ein bisschen... Ich wollte es ein bisschen mit reinnehmen, aber du hast zu genau aufgepasst. Ja, okay. Nee, also ich finde... Es zeigt ein schlechtes Gewissen. Es zeigt, dass man genau weiß, dass man da etwas Falsches gemacht hat. Dass man auch weiß, dass das Ganze problematisch ist in Bezug auf demokratisches Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen. Absolut. Und da interessiert mich letzten Endes dann auch überhaupt nicht mehr, ob der Herr Habeck das jetzt gewusst hat oder nicht. Er ist dafür verantwortlich. Er hat es gewusst zu haben. Korrekt. Und wenn er es nicht gewusst hat, ist es genauso schlimm, wie wenn er es gewusst hat. Da sehe ich überhaupt keinen ethischen Unterschied. Also. Ja. Gut. Bin mal gespannt. Ich glaube, das wird trotzdem im Sande verlaufen. Mich erinnert das auch ein bisschen... Cum-Ex. Vielleicht noch am Rande. Es gibt so etwas wie einen Artikel 20 Grundgesetz. Da stehen so Sachen drin, wie dass der Souverän in diesem Staat das Volk sei und so. Und dann gibt es Bestrebungen der aktuellen Regierung, so etwas wie Delegitimierung des Staates oder so etwas unter Strafe zu stellen. Dementsprechend würde ich sagen, wenn man jetzt in diesem Zusammenhang das Volk zum Narren hält und ihm irgendwas vormacht, von wegen die Wissenschaft und alle hätten irgendwas gesagt und es war ganz anders und so, ist das dann nicht eine Form der Delegitimierung des Staates? Beziehungsweise wenn man eben in Bezug auf Artikel 20 das Volk als den Staat ansieht, würde ich mal fragen, ob man sich da mit der neuen Gesetzgebung nicht auch nochmal ein zusätzliches Bein stellt. Das nur mal so am Rande. Ja, aber also Wirtschaftspolitik, ne? Ja. Die Industrie und Handwerk und so weiter, die kritisieren Olaf Scholz und die Ampelregierung massiv, ne? Ja. Und ich habe ja gerade den Beitrag gemacht zu Cum-Ex und dass da die Oberstaatsanwältin zurückgetreten ist und so weiter und so fort. Und da waren ja Banken involviert in diese dreckigen Betrugsgeschäfte gegenüber dem Steuerzahler. Und Olaf Scholz war ja da, wie auch immer auch involviert. Er kann sich nur nicht mehr daran erinnern, was damals gelaufen sei. Und jetzt war in Berlin Bankentag. Und der Herr Bundeskanzler war eingeladen und hat eine Rede gehalten und hat dann dort erst mal von den Einladenden lobende Worte erfahren. Warum auch immer, ich weiß nicht wofür. Also ich würde ihn auch loben, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemanden kennen würde als Kollegen oder sonst was, den ich sehr schätze, der in diesem Cum-Ex-Sumpf mit drin steckt und so weiter. Und ich fühle mich nach wie vor mitsamt dem Kollegen sicher in meiner Position und es geht mir ganz gut mit meiner Villa am Stadtrand und meiner Yacht. Da würde ich gute Worte für einen Herrn Scholz auch locker von den Lippen gehen lassen. Also der begrüßende Sprecher, Chef der Deutschen Bank, der Herr Christian Seewing, hat seinen Gast damit begrüßt, dass er einen Blick für den Wert eines starken Finanzsektors habe. Und das wisse man zu schätzen. Ich finde, dass Deutschland auch ein sehr starker Finanzsektor ist. Der Herr Seewing ist auch BDB-Präsident und damit ist er Chef-Lobbyist seiner Branche. Der bemüht sich wirklich um ein gutes Verhältnis zum Herrn Bundeskanzler. Und der Herr Bundeskanzler wiederum hat jetzt seinen Willen erklärt, was er gerne hätte. Wir wollen ein starkes Industrieland bleiben, der leidenschaftlich dort verkündet. Das glaube ich ihm so. Das ist schön. Ich möchte, ich will ein Multimillionär sein. Ich würde gerne ohne künstliche Hilfsmittel fliegen können. Schön. Soviel dann zu dem, was der Herr Bundeskanzler gerne will und wie es um die Umsetzung steht. Aber auch hier in Bayern träumt uns Ungemach. Ach was? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Uns Markus, ne? Strongman Markus Söder. Ende Hals. Der hat jetzt die Wirtschaftspolitik zur Chefsache gemacht. Bis Pfingsten möchte er ein paar Dinge zusammengetragen haben, die er zukünftig eher managen möchte. Denn er sei ja als Ministerpräsident eh für die Wirtschaftspolitik zuständig. Ich muss kurz aussteigen. Wir machen gleich weiter. Ja. Das Delikate an der ganzen Sache ist, dass der Wirtschaftsminister in Bayern Aiwanger heißt. So kann man mit seinem Koalitionspartner auch umgehen. Verantwortlich ist letzten Endes der Ministerpräsident. Da hat er ja nicht ganz unrecht. Ich finde, dass er dann auch für gewisse Teuerungen hier im Land, für gewisse wirtschaftliche. Ich war jetzt letztens in der Innenstadt und habe geguckt, was alles so zumacht. Große Sportgeschäfte, Kaufhäuser und was weiß ich. Dann ist er dafür auch letztlich verantwortlich. Und ich bin mal gespannt, ob ihm was anderes einfällt oder ob ihm etwas Besseres einfällt, wie die Wirtschaft, als das 49-Euro-Ticket zu erhöhen. Also jetzt mal so als das, was ich denke, was ihm vielleicht so im Kopf rumgeht. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht hat er ja eine Lösung, die der Herr Aiwanger, von dem ich auch nicht so viel halte, muss ich ehrlich sagen, nicht hat. Also er wird ja mal gelobt wegen seiner markigen Reden im Wahlkampf und so und wegen seiner Talkshow-Auftritte. Aber man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Freien Wähler haben hier in Bayern keine nennenswerten positiven Spuren hinterlassen. Weder in der Corona-Geschichte noch in ihrem Kultusministerium, das ihnen gehört, noch im Wirtschaftsministerium. Ich sehe nicht, wo die Freien Wähler positiv Akzente setzen. Also er hat vor dem Parteivorstand, hat uns Markus verkündet. Ich bin ja fast täglich mit Wirtschaftsfragen beschäftigt, kümmere mich da auch persönlich in vielen Dingen. Das ist manchen Politikern auch schon mal zum Verhängnis geworden, wenn sie sich persönlich um Belange von Privatunternehmen kümmern. Und bis Pfingsten wollte man alles zusammenlegen und dann vor der Sommerpause einen Vorschlag für die Regierung zu wesentlichen Themenfeldern machen. Und dann hat er hinten dran gehängt, zusammen mit dem Koalitionspartner. Er hat ja gar keine großen Möglichkeiten. Also er hat das Charisma eines Strauß, der einfach die Industrie ansiedeln lässt, trotz widriger deutscher Vorgaben, also bundesrepublikanischer Vorgaben. Da ist er ja auch in einem sehr engen Spannungsfeld. Er kann weder viel an der Bürokratie ändern, er kann die Steuern nicht grundsätzlich ändern. Dann, was soll er denn hier so attraktiv machen? Das kann ich dir sagen. Er möchte, das hat er gesagt, er möchte also die Ansiedlung neuer Unternehmen befördern. Und dann hat er sich das Thema Energie auf die Agenda geschrieben und das Thema Arbeitsmigration und den Bürokratieabbau. Naja, aber die Bürokratie ist ja nicht alles auf Landesebene. Und ich will es mal so sagen. Markus Söder ist ja bekannt dafür, dass er eine verlässliche Politik betreibt. Also er war ein knallharter Seuchenbekämpfer und jetzt ist er ein knallharter Seuchenpolitikaufklärer. Ja, und da hat mit der Seuche nichts erreicht. Also ich habe sowas früher einen Maulhelden genannt. Und der war ein knallharter Kernenergieabschalter und jetzt treibt er die Bundesregierung mit der Forderung nach Beibehaltung der Kernenergie. Das ist so ein wirklich ein grundständig verlässlicher Mensch. Das ist wahrscheinlich das, was ihm jetzt einfällt. Neue Kernkraftwerke oder alte, wenn es überhaupt noch geht, reaktivieren. Ja, also ich traue ihm, abgesehen davon, sich selbst zu vermarkten, keine wirklich fundierten Erkenntnisse und auch Umsetzungsmöglichkeiten zu. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube so als Mensch, dass er nicht den Blick für Wirtschaft oder für Infrastruktur hat. Sonst hätte er nämlich schon lange etwas gemacht. Sondern er schafft es eben irgendwo, die Leute vor der Wahl nochmal irgendwie zu motivieren. Das ist aber auch schon alles. So, dann mal als kleines Beispiel, was hier in Deutschland so los ist. Boris Palmer, ehemals Grüner, immer noch Bürgermeister von Tübingen, hat ein Projekt, ein öffentliches Projekt, nämlich die Tübinger Uniklinik, muss erweitert, ausgebaut, modernisiert werden. Ein Ornithologe war in dieser Klinik als Patient und hat einen Wendehals, ein Wendehalsmännchen auf dem Dach des Tübinger Uniklinikums beobachtet, wie er dort saß und gesungen hat. Und wegen dieses einen Wendehalses, der im Übrigen jetzt auch schon gar nicht mehr da ist, darf die Uniklinik jetzt nicht bauen, es sei denn, sie macht ein Ausgleichshabitat für Wendehälse und dafür müssten tausende Bäume in der Nachbarschaft der Uniklinik gefällt werden, weil die Wendehälse ein freies Gelände mögen, wo sie fliegen können. Genau, habe ich auch mitbekommen. Und da ist mich halt auch sicher, ob der Vogel das nutzt. Wenn er jetzt den Bauauftrag unterschreibt, macht er sich strafbar, weil er gegen das Naturschutzgesetz verstößt. Ja. Und ob der Vogel dann dieses neue Habitat überhaupt nutzt, ist überhaupt gar nicht gesagt. Das weiß keiner. Ich persönlich wäre dafür, dass man in zukünftiger Zeit diesen Ornithologen einfach in dieser Klinik nicht mehr aufnimmt. Ich würde Blacklist mit Leuten führen, die wir nicht aufnehmen. Nee, das würde ich nicht machen. Doch, würde ich schon. Es gibt genug Ausweichsärzte und Kliniken. Ich würde den nicht versorgen. Also wenn er jetzt halbtot irgendwie angeliefert wird und man muss Hilfe leisten, dann schon. Aber grundsätzlich würde ich ihm ein Hausverbot erteilen und würde sagen, also bei uns brauchst du sich nicht mehr blicken zu lassen. Das verstößt natürlich gegen medizinischen Ethos und Grundlagen des Menschenrechts. However... Nur dann, wie gesagt, meines Erachtens nur dann, wenn keine andere Möglichkeit gegeben ist für Hilfe. Aber das allgemein sagen würde, hier bei uns nicht. Ich denke, Ärzte sind nicht verpflichtet, jemanden zu behandeln. Die Frau, doch, die Frau Faeser. Das erzählst du mal den ganzen vielen Kinderärzten, deren Listen voll sind. Die Frau Faeser ist ja sehr besorgt um den Standort Deutschland, die Zukunftsfähigkeit wegen der Rechten. Tesla, Tesla-Fabrik Elon Musk. Ein Kapitalist kommt nach Brandenburg und baut dort auf einem riesigen Areal eine große Autofirma, die Fahrzeuge herstellt, von denen ich im Übrigen gar nichts halte. Und jetzt ist doch letztens dort der Strom ausgefallen, weil ein Kabel für die zentrale Stromversorgung des Tesla-Werkes und einiger Dörfer außenrum abgefackelt wurde. Und zwar von der Gruppe, die nennt sich Vulkan-Gruppe. Das sind Linksradikale, die Milliardenschäden verursacht haben. Und zwar haben die nicht nur da Tesla abgefackelt oder dieses Kabel abgefackelt, das haben sie auch schon mit der Bahn gemacht und haben auch schon halb Berlin-Larm gelegt durch Stromausfälle, die sie herbeigeführt haben. Und ich höre von der Frau Faeser dazu überhaupt nichts. Nee, die muss ja jetzt Spionagefälle klären. Da kommen wir noch dazu. Nee, da kann sie nicht einfach gegen Linksradikale vorgehen, die sind ja nicht so schlimm. Okay. Also dann, weil du die Spionage gerade schon gebracht hast. Ja, wenn du dich alles immer ganz ausformulierst, ich hätte auch schön was zu dem Vogel gesagt. Achso, ja. Sag doch was zu dem komischen Vogel. Nee, er hat ja schon alles gesagt. Da bleibt einem ja nichts mehr. Alles gut. Also, die Bundesanwaltschaft hat drei Chinesen festgenommen, nein, drei Menschen festgenommen, die für China unter Spionageverdacht stehen. Ich finde das interessant, dass das jetzt gerade so massiv passiert. Es gibt ja auch Leute, die meinen, die Bundesrepublik Deutschland würde nicht spionieren. Es mag sein, ob das ein bewusster Akt ist oder ob das an einer Unfähigkeit dazu liegt, das ist die andere Frage. Also, ich wusste zum Beispiel schon seit den 80er Jahren, dass Frankreich in Deutschland massiv Technik abgegriffen hat und da spioniert hat. Es war unser Verbündeter, unser Freund, unser neuer Freund. Das ist ja im Westen üblich. Ich meine, dieses ganz berühmte Telefon der Frau Merkel ist ja auch Ja. Ja. Sprichwörtlich. Die Frau Merkel ist nicht abgehört worden. Da war aus Versehen jemand in der Leitung, als sie ihr Telefon benutzt hat. Ja. Ich glaube schon, dass diese meisten Spionageaktionen mehr oder weniger bekannt sind. Auch wenn wir die nicht rausfinden, es wissen dann andere und das wird auch gemeldet. Und ich glaube, dass man das natürlich auch politisch nutzt. Dass man dann auch sagt, solange mich das nicht juckt. Nehmen wir jetzt einfach um einen heißen Breiter, dieser Angestellter von dem Maximilian Krah. Der war vorher bei der SPD. Der war schon vor zehn Jahren im Spionageverdacht. Der ist kein unbeschriebenes Blatt und der ist trotzdem im EU-Parlament ein- und ausgegangen. Wenn man das gewollt, gewusst hätte, hätte man einfach mal die Hand heben können und sagen können, Herr, nee, du nicht. Wenn er irgendwo in einem Vorzimmer durch den Bewerbungsprozess durchgelaufen ist. Er hat ja alle Prüfungen soweit bestanden. Aber das ist bekannt und dann hätte man natürlich schon sagen können, da informiert man. Und da ist eine Frau Felser im Innenministerium mindestens so sehr in der Verantwortung wie ein direkter Vorgesetzter. Ja, ich sage ja manchmal, man beobachtet jemanden, den man nicht leiden kann und schaut, wie bei ihm etwas passiert, was nicht gut gehen kann. Oder was man, wenn man das möchte, benutzen kann. Und dann hält man mal die Füße still, wenn der sich bei einem Bundestagsabgeordneten, einem Europaabgeordneten bewirbt, dann lassen wir den mal da rein. Wir wissen zwar, dass er irgendwas macht, was nicht koscher ist, aber das sagen wir in dem Moment, wo wir es brauchen. Genau. Und deswegen, ich sage mal, entweder haben wir hier politisch Vorgesetzte und Verantwortungssysteme. Ich weiß gar nicht, wie weit das so ist, was jemand in seiner Freizeit macht, wie weit man das als Arbeitgeber überhaupt tracken darf. Aber in dem Falle, angenommen, man sagt, die Vorgesetzten und so weiter, die haben da eine gewisse Aufsichtspflicht, dann ist aber auch das deutsche Innenministerium mit in der Verantwortung, wenn solche Leute im weiteren Dunstkreis der Politik angestellt werden und man weiß es oder man vermutet es. Und dann kann man meines Erachtens genauso eben auch vor der Türe einer höheren Instanz fegen. Also das Interessante ist ja, dass der BND sich nach außen so äußert, dass man zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung nimmt. Das ist natürlich für einen solchen Bundesnachrichtendienst eine essentielle Aussage und die kann man auch verstehen. Das galt auch mal für den Verfassungsschutz. Aber der Verfassungsschutz hat eine ganz andere Philosophie. Der Verfassungsschutz, nein, der hat das, ja, genau, der Herr Haltenwang hat jetzt, darf jetzt, da hat man offenbar was geändert, in dem Moment, wo jemand unter dem Verdacht steht, nicht politisch korrekt zu sein, darf er das auch in Worte fassen und öffentlich verkünden, auch wenn da nur ein Verdacht, ein Beobachtungsverdacht besteht. Dann macht man das. Das ist die sogenannte Verdachtsberichterstattung dann auch in den Medien, die dann dazu kommen. Das ist ja auch, der Verfassungsschutz ist ja auch kein Geheimdienst. Das ist ja eher eine Publicity-Plattform. Gut, aber nicht nur China hat sich jetzt hervorgetan beziehungsweise wurde jetzt am Wickel gepackt, sondern auch der russische Botschafter wurde einbestellt, weil da zwei Russlanddeutsche offenbar militärische Einrichtungen der Bundeswehr fotografiert und kartografiert haben und so weiter und so fort und jetzt hat man also das Auswärtige Amt einbestellt, den Botschafter Russlands ins Auswärtige Amt einbestellt und was glaubst du, was Moskau tut? Wir werden gar nichts tun, bestenfalls die Botschaft fließen irgendwann. Die weisen ihre Vorwürfe zurück. Ja, natürlich. Das kann gar nicht sein. Genau. Die Chinesen haben den Vorwurf ja auch zurückgewiesen. Das wundert mich jetzt aber wirklich, ne? Warum? Ja, ich denke mal, das war Ironie, okay. Ja, ich muss sagen, ich verstehe auch dieses ganze Einberufen und dies und das. Ich hatte an Russlands Stelle oder sowas die Botschaft hier in Deutschland schon längst geschlossen. Ja, aber das macht man doch nicht. Man bleibt doch im Gespräch. So, dann haben wir etwas, was ich erstaunlich finde. Aber was ich nicht nur erstaunlich finde, sondern auch ja, immerhin eine relativ positive Tendenz. Also meine klare Abneigung gegen Abtreibung, die ist wohl jedem bekannt. Ich bin eher für Hilfe als fürs Töten von Kindern. Und jetzt hat sich Jens Spahn öffentlich für die Beibehaltung des Status Quo des Paragraphs 218 ausgesprochen. Die Lage sei nicht ideal, aber dieser Kompromiss habe in Deutschland einen gesellschaftlichen Frieden dieser Konfliktsituation gebracht. Das ist genau das, was ich immer wieder sage. Diese Kompromisse sind zum Teil tödlich und schädlich. Ein Kompromiss ist eigentlich etwas, was eine positiv behaftete oder konnotierte Aussage ist. Und für mich ist Kompromiss immer Du kannst als Politiker in so einer Stellung wie bei einem Herrn Spahn eigentlich nicht mehr erwarten, weil letzten Endes ja, es ist ja eine gesellschaftliche Philosophie oder Strömung gegeben. Und wir haben es als Christen nicht verstanden, das christliche Weltbild weiterhin in diesen Ländern aufrecht zu erhalten. Und das hat Papst Johannes Paul II. schon damals gesagt, dass wir hier eine Kultur des Todes gegenüberstehen. Und das ist ja schon sehr lange her. Da sind es jetzt dazwischen sind ja schon Päpste gewesen. Und das ist etwas, wo man sich an die Nase fassen muss. Man muss sagen, warum schafft man es nicht, ein positives Menschenbild für das Leben, auch für ungeborenes Leben und so weiter zu transportieren, so, dass in einem demokratischen Staat sich dann auch die entsprechende Gesetzgebung anpasst und dann auch die Politiker anpassen. Derzeit ist es natürlich schon klar, ein Politiker sagt, ich habe jetzt meine Ruhe, mehr oder weniger, es gibt keine Streitigkeiten darüber, es ist ein grober Frieden, wird in einer Demokratie jetzt nicht in ein Wespennest stechen wollen. Das ist auch nicht seine Aufgabe, hier ein Bewusstsein zu schaffen. Er kann natürlich schon für die eine oder andere Position Stellung nehmen, aber letzten Endes ist der Staat keine ethische Instanz, sondern eine juristische und die Ethik müsste im Vorfeld geschehen. Also wir müssten eigentlich als Bürger für unsere Wertevorstellungen eintreten und sehen, dass wir da eben auch, ja, wie so in der Summe. Politik und die Beratung hat mit dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts den Auftrag, also die Schwangerschaftskonfliktberatung zum Leben zu beraten und zu wirken. Ja. Und das sehe ich eben in der Politik und in der Beratung, insbesondere der öffentlich geforderten Beratungsstellen sehe ich das leider nicht mehr. Ja, und das ist ein Spiegelbild aber der aktuellen gesellschaftlichen Situation. Ja, okay. Es geschehen Zeichen und Wunder in München vor einem Gericht hat der grünen Stadtrat, der ehemalige grünen Stadtrat, jetzt nicht mehr Stadtrat Bernd Schreier, 72 Jahre alt, ein Strafmandat über 6000 Euro bekommen, weil er den Holocaust relativiert hat und jetzt hat er Volksverhetzung bekommen. Er hat geschrieben bei Twitter, obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen, so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien die, die neuen Juden, die ausgemerzt werden müssen, um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen. Das war ein Teil seines Postings. Und das ist ganz typisch für die Grünen, weil man nämlich aus deren Position heraus den Nationalsozialismus ja gar nicht verharmlosen kann. Das ist irgendwo so das Selbstverständnis. Sie wissen da auch, glaube ich, wenn sie sowas äußern, gar nicht, was sie da tun, weil sie sind ja da auf der richtigen Seite und da kann man sich ja einen solchen Anwalt nehmen, wie die Juden, so in der Art, weil man ist ja ganz dicke mit ihnen, dann tatsächlich tut. Das wird vielen wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst sein, bevor das eben dann auch vor Gericht endet. Sollte man viel öfters machen, dass man solche Dinge zur Anzeige bringt, damit auch ein Bewusstsein entsteht, weil dieses inflationäre Nazi-Juden-Gerede und so weiter, das finde ich, ist auch sehr problematisch. Ja. Ja, und also sie hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass er da verurteilt wurde und auch sein Verteidiger hat sich fürchterlich aufgeregt, aber das Gericht, die Richterin hat festgestellt, dass der Grundkonsens das nie wieder erschüttert sei, wenn man alles auf diese Art vergleicht. Richterin Sonja Oettl. Gute Frau an der Stelle, ne? Das hat die in der Urteilsbegründung gesagt und der Oberstaatsanwalt, der das Ganze betrieben hat, der hat das gejammert darüber, dass der grüne Politiker vom Kriminalfachdezernat K44 bearbeitet wurde, dieser Fall, und das ist für rechtsextremistische Straftaten zuständig, und dann hat der Verteidiger gesagt, mein Mandant ist als Grüner doch bekanntlich links, und nun soll er in die rechtsextreme Ecke gestellt werden, und ja, der Oberstaatsanwalt hat dann gesagt, dass die Grünen links sind, ist nur Ihre Meinung, Herr Verteidiger, Punkt. Ja, abgesehen davon, wenn ich eine rechtsextreme Straftat begehe, nämlich die Verharmlosung des Holocaustes, die ist nun einfach mal so benannt, dann zu sagen, aber ich bin doch links, das hat schon einen naiven Beigeschmack, das ist so irgendwie, ich bin hier des Mordes angeklagt, aber ich habe doch meinen Hund gestreichelt. Ja, sie hat ihm dann noch mal ins Stammbuch geschrieben, ich weiß, dass Ihnen das wehtut, also wegen seiner einwandfreien rechtsstaatlichen Biografie, aber auch jemand, der mit beiden Beinen stets auf dem Boden der demokratischen Ordnung stand, kann Volksverhetzung begehen, wenn er in einem einzelnen Fall über das Ziel hinausschießt, Bums, Punkt, die beiden wollen jetzt in Berufung gehen, Verteidiger und Schreier. Vielleicht geraten sie an einen noch strengeren, aber ist unwahrscheinlich, ja. So, dann haben wir, jetzt muss ich das noch mal hier, weil das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die haben auch so blöde Werbeeinblende, Banner und so, die sich da immer wieder aufpoppen. Ich gucke mir das gar nicht erst an. Selbst wenn sie weggeklickt hast, kommt es wieder nach drei Minuten und so, also es ist, Gott. Ich habe einen besseren Browser an. Ja, ich habe schon alles eingeschaltet, was überhaupt geht. Ich komme ja schon auf manche Seiten gar nicht mehr drauf, weil sie sagen, dich brauchen wir nicht als Kunden. Okay. Ich kann in der Beziehung trotzdem nur den Brave empfehlen. Hast du den auch installiert? Den habe ich, den habe ich. Das war jetzt unbezahlte Werbung, gell? Ja, dafür werbe ich auch gerne. Also das ist ja auch nichts, was was kosten würde oder so. Aber wenn einer einen guten Browser haben möchte, kann ich den nur grave, englisch tapfer. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Kann ich nur mal hier, soll ich noch mal erwähnen, was ich gerne für Browser benutze? Auf dem Mobilfond und überall. So, wir sind jetzt schon beim humoristischen Teil hier angelangt. Ja gut, okay. Und das passt, also wir reden jetzt hier nicht, heute nicht über Witzfiguren oder so. Wir sind beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der ist in die Türkei geflogen und hat als Gastgeschenk mitgebracht einen tiefgefrorenen Döner aus Berlin mitsamt dem Gastronom, der den macht und hat dann Erdogan zum Döner eingeladen und Erdogan hat dann offenbar sehr angesäuert reagiert und hat Frank-Walter Steinmeier zum Abschied in seinem Palast zum Essen eingeladen und hat einen türkischen Döner machen lassen der am Drehspieß hinter ihnen auf dem Balkon des Ballastes gemacht wurde zum Brüllen furchtbar ein 60 Kilogramm Döner aus Berlin es ist also die Naivität dieses Volkes ist so was von es ist einfach peinlich ne Schildbürger waren dagegen noch seriös ja aber echt ne ja das war meine erhalternde Botschaft ich hab ich hab noch was 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 mich so grundsätzlich interessiert ok dann sag mal und zwar künstliche Intelligenz gibt es ein paar nette Meldungen die so ein bisschen die Runde machen aha zum einen gibt es diesen Konzern Meta da gehören Facebook dazu da gehört Whatsapp dazu und Instagram die haben jetzt in Amerika und in vielen anderen Ländern in Deutschland glaube ich noch nicht aber in den meisten eine künstliche Intelligenz in ihre Systeme eingebaut die man daraus nicht entfernen kann das heißt da gibt es im Moment auch ein bisschen Geschrei weil die sich auch zum Beispiel in Familienchats einfach mal so mit eingeloggt hat und weil die so tolle Feature hat wie wenn du irgendwo was sagst und es kommt keine Response nach 20 Minuten oder irgend so etwas sagt die dann was und das wird noch feingetunt aber interessant ist natürlich dass in diesen Tools dann eben ein solches System immer präsent sein wird bei dieser Firma ja und diese Firma hat in den vergangenen Tagen an den Börsen massiv an Wert verloren nein die gehört zu den ganz großen drei Gewinnern Google ist abgegangen habe ich gehört nee Apple ist so ein bisschen aber nicht sagen Meta ist der größte Gewinner an der Börse ja ja die haben ganz schön viel zugenommen Amazon hat zugelegt weil die auch erstes Mal jetzt eine Ausschüttung gemacht haben eine Dividende oder so und Amazon das habe ich mitbekommen nee Meta ja nee nee also die stehen also die vor 20 Stunden Meta verschreckt die Börse der Internet Konzern beschleunigt sein Wachstum und Warnungen um die künstliche Intelligenz sorgen für Unruhe ja ja nee seine Ausschüttung und so also Meta hat einen ziemlichen Sprung gemacht also so weit ich es mitbekommen habe ich habe jetzt nichts vorliegen ich vor 11 Stunden Meta Aktionäre reagieren entsetzt Mark Zuckerberg umstrittet Metaverse und VR Pläne die Aktionäre reagieren verschnupft Meta stürzt ab neun Stunden neun Stunden ist ja auch eine lange Zeit guck mal was der aktuelle Kurs ist also wie gesagt ich kann es auch jetzt ich habe jetzt keine Lust nachzuschauen meine letzte Information ist dass aufgrund der Dividendenzahlung es ganz schön hochgegangen sein soll ist mir ehrlich gesagt auch egal ich habe da keine Aktien ich finde interessant eben dass sie diese Technologie einbauen in alle ihre Systeme dass man sie nicht ausschalten kann und da sollte man sich meines Erachtens durchaus was denken und in dem Zusammenhang gibt es nämlich so ein paar Sachen die ich in Amerika zum Beispiel gibt es jetzt einen Roboter Hund der sieht aus wie ein Hund da kann rumlaufen und der kann neun Meter weit Flammen werfen muss man wissen in den meisten Staaten in Amerika darfst du dir einfach so einen Flammenwerfer kaufen der soll auch gegen Waldbrände eingesetzt werden finde ich auch interessant und für verschiedene Sachen aber mit einer Fernsteuerung bedienbarer Flammenwerfer der irgendwo Gassi geführt werden kann wird die Sicherheit wahrscheinlich sehr stark erhöhen und das ist schon auch eine interessante Sache dass wir jetzt mittlerweile da kostet irgendwie so knapp 10.000 Dollar dass wir im Privat Consumer Bereich da wo sich Leute so etwas leisten können jetzt auch schon in anderen Ländern marktreife Androiden quasi haben ob der jetzt menschliche oder hündische Gestalt hat die durchaus auch bewaffnet sein können ich meine die können natürlich alleine schon aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Waffe sein ohne zusätzliche Waffen zu tragen ich meine Metallgreifer kann halt zugreifen so stark wie er eben ist also diese ganzen Sachen sind da sehr stark auf dem Vormarsch und in dem Zusammenhang gibt es eine Firma die heißt Figure it Technologies die hat jetzt einen Werbefilm rausgebracht für einen neuen Androiden und dieser Roboter kann entscheiden offensichtlich also der kann am Tisch sitzen und dann sagt ich habe Hunger oder so und dann greift er aus den Sachen genau das raus was der Mensch essen kann und sagt gibt dir den Apfel der kann schlussfolgern und erklären was er tut und so weiter das ist schon ganz interessant dass diese Geräte jetzt auch so ein bisschen das Internet in dem Sinne dass ich da irgendwie ein Chatfenster brauche oder so verlasse verlassen und das es auch nicht einfach nur Boxen oder Handys sind sondern dass da tatsächlich demnächst auch damit zu rechnen ist dass einem da wirklich Gegenstände entgegen kommen mit sehr menschlichen Zügen das das Internet Internet ist ja auch entstanden um eine Kommunikations Plattform zu werden und du hast ja die Gründe des hervorragenden Wachstums für Internet für das Internet schon ein paar Mal hier angesprochen es ist jedes Mal das sehr ähnliche man bekommt eine neue Technik mit ihren positiven Eigenschaften vorgeführt ja ich sag mal so die die Luftfahrt hätte ohne ohne Jagdflugzeuge ohne Jagdbomber ohne Bomber ohne Erdbeckkrieg nicht die Schritte gemacht die sie gemacht hat wir sind nach dem Erstflug motorisierten Erstflug nach 66 Jahren auf dem Mond gelandet und das nicht weil wir so gut sein wollten und nett sondern weil die zwei Großmächte sich einen Wettlauf aus strategischen Überlegungen darum geliefert haben der eine hat Sputnik hochgebracht der andere hat gesagt ich will innerhalb von kürzester Zeit auf dem Mond landen um denen was entgegen zu setzen das war die Gründe dann sind wir doch im Hinblick auf diese Entwicklung froh dass es der deutschen Firma Rheinmetall jetzt immer besser geht oder ja und jetzt kommen bei 4,83 10 und heute jetzt aktuell steht Meta bei 4,12 dann ist es runtergegangen ja so innerhalb von drei Tagen und vorher kontinuierlicher Anstieg ganz normal okay dann war meine und nachdem dann diese Ankündigung kam und dann außerdem ja 12,5% zum Börsenschluss im Kurs eingebrochen ja das ist dann schon was aber das hatte ich also das was ich mitbekommen hatte war dann nach dem Dividenden auszahlen halt und da ging es rauch und das muss man halt jetzt mal beobachten ich meine das geht auch schnell wieder rauf oder runter ja ja klar auf jeden Fall was mich viel mehr interessiert als der Börsenkurs ist letzten Endes die Technologie die hier eingeführt wird das war jetzt mein Punkt gut noch du hast noch hast noch von weiteren Themen gesprochen ach ja man könnte noch darüber reden dass TikTok in Amerika verboten werden soll ich finde das ein super Wahlkampf Gag von dem Herrn Biden mehr kann er für den Trump eigentlich gar nicht tun oder ja aber im Moment versuchen sie ja beiden mit allen möglichen juristischen Tricks aus der Konkurrenz zu kegeln das ist ja auch so ein altes Spiel versuchen wir hier auch das sind so Sachen ich sage ja gerade das ist ja das was man auch gerade in der deutschen Geschichte immer wieder beobachten konnte dass wenn jemand inhaltlich nicht an den Mitbewerber oder an den Gegner herankam dass man ihn dann mit juristischen Mitteln ja und das ist auch immer ein Ausweis ganz besonders demokratischer Grundverfassung so arbeitet ja ja so dann sind wir so ziemlich am Ende noch nicht ganz da kommt noch der Wetterbericht oh gut warm wird's das Wetter wird sich ändern wir danken ihnen dass sie auch heute dabei waren bei medias in res beim Wochenrückblick wir hoffen das hat ihnen zugesagt schauen sie bitte auch in unsere anderen Angebote rein lassen sie uns gerne like da teilen sie unser video abonnieren sie unseren kanal bis zum nächsten mal bei medias in res servus servus bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020